Da sind wir wieder, meine Lieben, zurück beim Phönixreiter und einfach, um die Erwartungshaltung klarzusetzen, wir werden das jetzt so lange machen, bis der Typ ihm Dreck liegt. Auf geht's! Mir hat gerade noch gefehlt. Was das jedes Mal passiert, ne? Ich weiß nicht, warum er den Finishing-Move nicht macht. Ach! Autsch! Wenigstens hat die Heilung genützt. Jetzt hat er den Finishing-Move gemacht. Manchmal tut er es nicht. Au! Ich bin nicht mehr aus der Ecke weggekommen. Okay! Ja, ähm, das ist wesentlich, dauert wesentlich länger, als ich mir das am Anfang vorgestellt habe. Ich denke, der war easy peasy. Also wird er wieder easy peasy sein, aber gerade auch die zweite Phase wird wahrscheinlich ziemlich eklig werden. Wir werden sehen. Er fängt immer. mit dem Move an. Da deine Ecke stecken bleiben, möchte ich nicht. Au! Zu nah dran. Au! Heilung. Boah! Gar nicht schlecht. Oh! Falsche Richtung. Lieber auf der Seite sein. Ach! Okay, gut. Er wird jetzt immer länger. Und jetzt immer auf der falschen Seite. Glück gehabt. Autsch! Sie macht halt unglaublich viel Schaden auch. Oh! Okay. Bin. Au! Und wir sind wieder fast tot. Zweimal heilen. Oh! Da kann ich angreifen. Oh! Kommt nicht der zweite Klon? Nein. Au! Was soll ist das denn jetzt? Geh, wenigstens kommt kein Sog mehr. Autsch! Ja, ich kann mich nicht mehr heilen. Ich, äh, habe ehrlich gesagt nicht auf den Debuff geachtet, ob der immer noch kommt. Äh, wenn beide, wenn beide da sind. Aber, ja. Die Doppel... Ich weiß nicht, was das am Ende für ein Move war. Ich glaube, das war ein neuer. Und ich war da im Wirbelwind so lange drin gefangen. Das war... Abzusehen, dass das in einem Desaster endet. 22 Mal gestorben schon. Wow. Kriegen wir die 50 voll? Wahrscheinlich. Mal, ich hätte was machen sollen. Ah! Okay. Oh! Glück gehabt. Autsch! Oh! Ah, damn it! Oh, dass ich den vollen Debuff wieder drauf. Das war gut. Zwei Heilungen. Okay. Geht ihr mit ins Bind? Ah, fast. War jetzt nicht so schlimm. Au! Falsche Richtung. Wieder hängen geblieben. Wir können heilen. Okay, das war jetzt so gut. Mitte. Das ist früher runtergekommen. Autsch! Ich weiß nicht, ob ich beide Autsch angreifen kann. Au! Ja, den Debuff kriege ich immer noch drauf. Aber ich kriege auch, kann auch doppelt Damage machen, glaube ich. Okay. Ein bisschen besser als unser bisheriger Rekord, aber noch weit entfernt von dem Kill. Das ist, ich muss gucken, dass ich da wahrscheinlich volle Energie habe und meine Spezialattacken ready, damit ich wirklich gut auch Schaden machen kann. Weil lange Ausweichen ist einfach nicht drin. So. Komm, Freundchen. Und wieder weg. Gut. Zwei. Drei. Au. Oh. Das ist einfach gar nicht so schlimm. Wir haben relativ gut HP. Okay. Weih genug weg. Autsch. Das war nicht weit genug weg. Weil irgendwie haben wir so ein bisschen Lifesteal. Okay. Gib ihm das. Der linke ist zuerst fertig. Au. Dammit. Das ätzend, wenn sie das gleichzeitig machen. Ach, du hast jetzt trotzdem einen Such. Nein. Nein. Er hatte nichts mehr. Einen Schlag noch. Das Button-Mashing. Ach, wie mies. Einen Schlag noch. Hätte gereicht. Auf beide. Tja. Da bin ich ein bisschen gepanigt. Aber es ist, äh, 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 ich glaube, die Doppelten gab's, äh, im Ersten nicht, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Wenn ja, coole Wendung. Okay, Freundchen. Autsch. Okay, wir sind hier, stehen schlecht. Aber, ist nochmal gut gegangen. Ah, ich wollte, mach den Spezialangriff. Okay, das hat nichts gebracht. Ach. Und wieder Spin. Autsch. Wir können uns nicht heilen. Damn it. Heilung. Ah. Zu spät. Oh, shit. Voll im Strudel drin. Und tot. Ich konnte nicht heilen. Es, äh, ich bin dumm in die zweite Phase gerutscht mit Low-HP. Das ist, äh, das absolut Schlimmste, was passieren kann. Aber die erste Phase ging jetzt doch ganz geschmeidig. Es wunderte mich echt, dass der so stark ist. Ich hätte nicht gedacht, dass der, äh, so heftig ist. So. Auf geht's. Oh, ich wollte eigentlich einen anderen Angriff machen. Oh, ich habe noch einen Angriff. Oh. Oh. Okay. 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 Um. aus ewigen Gründen noch voll habe ich... Ich hasse, dass das Mann hier hängen bleibt. Das ist so ätzend. Die Geometrie der Arena nicht sauber. Warum regst du dich immer wieder um? Okay. Zwei, drei und das. Autsch. Autsch. Drei Sekunden. Heilen wir uns noch mal. Ah, fast. Dammit. Dammit. Meine Güte. Ich habe nicht so ein Mist. Ach, komm schon. Ja, schon wieder die Heilung reduziert. Muss das sein? Ah. Teilweise machen sie den Schrudel dann nicht mehr und teilweise schon. Das verstehe ich noch nicht ganz wie... Also den Sog. Die Spin Attack machen sie immer, aber der Sog kommt teilweise und teilweise nicht. mir ist noch nicht ganz klar, wovon das abhängt. Auf geht's. Ah, meine Güte. Ah, das fängt ja schon wieder beschissen an. Die Combo nicht richtig gestartet. Gut. Autsch. Spin hier. Autsch. Spin. Autsch. Au. Heilung. Heilung. Zwei. Drei. Ich glaube, das ist fast einfacher als... Oh. ...unten den Angriff auszuweichen. Au. Okay, kurzer Damage Stopp. Wir müssen uns heilen. Ah, fast. Fast, fast, fast. Oh. Das war nicht den, den ich vermutet hatte. Das war schlecht. Au. Wieder den verdammten Debuff drauf. Heimlich nochmal so. Wieder ein Spin. Okay, nicht... Ah, nicht getroffen werden, wollte ich gerade sagen, aber natürlich... ... jetzt auch anders sein können. Autsch. Ja, die zweite Phase läuft immer noch nicht. Was ist jetzt los? Ups. Habe ich einfach einmal zu viel gedrückt? Okay. Ah, was ist los? Warum, warum, warum... habe ich solche Mühe mit denen? Oder mit dem? Ich weiß, warum. Weil ich, äh, beim ersten Mal nicht richtig aufgepasst habe und den Gegner einfach per Lock geschafft habe. Deswegen habe ich solche Mühe mit ihm. Okay. Okay. Oh. Wir haben Gutschaden gemacht Würde ich sagen Ah Dann passiert das Autsch Okay, gut Okay Macht er das Wenn alle Fähigkeiten auf Abklingzeit sind Kann ich gut Angreifen Au Zwei Und Drei Au Au Schlecht Ach Zweimal heilen Okay, Glück gehabt Der hier hat einen Sog Aber kommt nicht auf mich zu Mach den Zwei Verhalten Verdammt Ach Dann kommt der Sog wieder Und das Gamepad wurde Geh Ah Meine Güte Brauchen wir eine dritte Episode für den Echt Das ist jetzt ein bisschen Jetzt wird es Echt peinlich Das kann doch nicht sein Warum spiele ich so beschissen Unglaublich Das ist nicht so schwierig Mein Damage ist ein bisschen low Aber es ist trotzdem Langsam ein bisschen peinlich 28 Tode Wow Ach man Ey Das darf nicht wahr sein Ja komm Weißt du was Töte mich Töte mich einfach Das war ja absolut Grauenhaft Ach Schnauze tot Ich nerv mich Dass ich Plötzlich so Scheisse spiele Der Boss Der Boss ist nicht so schwierig Ich spiele wie Der hinterletzte Kacknap Das ist Nicht akzeptabel Also Auf geht's Wieder im Sook Gelandet Ey Eins Au Au So Ich glaube wir sind tot Knapp überlebt Es kommt bis ins Ende Oh mein Gott Es wird schlechter Und schlechter Aber wir schaffen ihn Wir hatten ihn einmal Wir hatten ihn einfach Platt Ich habe Müsste Hätte nur einmal Mehr zuhauen müssen Ich habe gepanickt Und Ja Das war das Auf geht's Könne ich jetzt bitte Den Spezialangriff Direkt machen Dankeschön Dann können wir jetzt Nämlich einen zweiten Hinterhersetzen Nur ein bisschen Auf Abstand gehen Autsch Zu greedy Gut gemacht Au Wieder den Debuff drauf Die Backhand Ich komme nicht Zum Teile Das ist einfach nicht zum heilen Wenn ich Gerade wenn der Debuff abläuft Kriege ich einen neuen drauf Und das ist dann Naja Kann man nicht wirklich viel machen Wenn man Dann dumm Genau in den Blöden Stellen getroffen wird So Das kann das jetzt Echt nicht sein Ich habe direkt Eine Feder verballert Fantastisch Good job Me Ach Das hilft doch was Das war nicht So übel Heilung Heilung Oh nein Das war schlecht War nicht die Zeit Zum heilen Das war die Zeit Zum heilen Und jetzt nochmal So Ich habe auch das Gefühl Unsere Heilungen sind Etwas unterwältigend Oh Der lange zuerst Okay Glück gehabt Sind low Nicht getroffen worden Gut Erwischt War ein bisschen greedy Aber Komm mal probieren Muss Alles Ausnutzen Was man kann Eins Zwo Drei Autsch Heilung Au Mann Controller Ah scheiße Ey Das Ich verstehe nicht Warum ständig Diese verhandelten Controller Abschmieren Das ist echt mühsam So zu spielen Aber gut Letzter Try Für die Episode Ansonsten Müssen wir es In die nächste Verschieben Wie gesagt Wir machen es So lange Bis der Typ Platt ist Und Dann schauen wir Weiter Auf geht's Einmal Zweimal Okay Gut Die beam Au War die backhand Ziemliche Range Da Controller Fantastisch Dann wieder Sehr glorreich Okay Bisschen greedy Gewesen Ich geb's zu Ah wir sind hier zu nah dran Mann Ich wollte den anderen Machen So Ja Genau Und zurück Okay Voll rein Autsch Das ist ne üble Kombo Heilung Man sieht's Teilweise nicht so richtig Na Falsche Taste Das bringt nichts Nein Was der hat nichts mehr Schon wieder Schon wieder Schon wieder Auf Praktisch null Ein HP oder so Wow Das Pech Okay Gut Dann machen wir es In der nächsten Episode Bis dann Macht's gut Euer Northgate Head Und Oh Kind